Oh, hey man. Schon zurück? Ja, ist ne Weile her. Ja, gut dich wiederzusehen. Hast du irgendwas für mich? Ja. Ich hab da etwas sehr Spezielles. Danke, genau das, was ich wollte. 20 Ocken, bitte. Viel Spaß. Ähm, gibt's hier noch was in der 18er Abteilung? Na gut, dann nicht. Ja, Katana Schwinger, Helden. Heute spielen wir nicht Katana Zero, sondern Katana Hero. Ein kleines DLC für ein Spiel, das ich schon relativ gefeiert habe. Ähm, ja, leichte Ansätze to Dead Cells. Wer sich das mal anschauen möchte, kann gerne in die Playlist reinschauen. Und seit 1. April gibt es, wie gesagt, ein DLC. Und da will ich jetzt mal reinschauen, was sich ändert. Und ich würde sagen, wir machen ein neues Spiel. Optionen, gab es Schwierigkeitsgrade? Tech Speed, wäre doch schöner. Rewind zur Nahe, halte ich mal. Okay. Dann gehen wir mal hinein. Evil Spirits remain. Böse Geister haben die Stadt infiltriert. Oh, okay. Es ist meine Aufgabe, sie zu stoppen. Wer bin ich? Nur ein Wanderer, der versucht, Unschuldige zu beschützen? Oh ja. So befriedigend dieses Gefühl. Also hier seht, es ist ein Sidescroller, bei dem ihr sowohl Geschick als auch Reflexe nutzen müsst. Anruf. Ah, Großvater Musashi. Wie geht's dir? Oh, ich fühl mich gesund. Es liegt an dir. Äh, banish all spirits. No, 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 no. Spirit Word. Okay, everyone in the city continuing on you. Ne, counting on you. Bap, 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 bap. Okay, jeder zählt auf mich. Die bösen Geister müssen besiegt werden von mir. Ein Wissenschaftler wurde von einem bösen Geist empführt. Also muss ich ihn retten. Alles klärchen. Okay. Ich muss ihn befreien, bevor mehrere böse Geister beschworen werden können. Ja, ich weiß, ich kann Zeit verlangsamen. Das ist mein größter Trick. Blablabla. Und erinnere dich. Glaube an dich. Katana Hero. Oh. Drachen. Drachengeister. Es ist immer schwer, On the Flight zu übersetzen. Weil im Kopf sich andere Sachen abspielen, als man mit dem Mund wahrscheinlich. Okay. Ähm. Hallo. Miet. Okay, die Zeit läuft ab. Umso mehr Geister ich sammle, umso mehr Zeit habe ich. Laser. Okay. Wie ging das nochmal? Mit RT. Alright. Nochmal. Schade. Und nochmal. Okay, okay, okay. Spannende Musik 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 Idiots! Ha 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 ha! Ich habe den Wissenschaftler befreit und die Gruppe der bösen Geister besiegt. Es scheint, als würde ein Strippenzieher hinter dem bösen Geistern stecken. Die Wahrheit ist da draußen. Die bösen Geister bleiben! Oder Nubunaga. Alright, wie kommt der an unsere Zeit? Äh, okay. Ich habe eine Nachricht von ihm und er hat Infos über die bösen Geister. Ich sollte zum Hotel gehen und ihn treffen. Vielleicht hat er einige Hinweise. Äh, schönen guten Tag, der Herr. Sind Sie hier oder... Nein, okay. Schönen guten Tag, kann ich Ihnen helfen? Ich bin hier, um Oda Nobunaga zu treffen. Ah! Oh! Bist du hier für Oda Nobunaga? Habe ich es gerade nicht? Ah! Ja, das ist korrekt. Er ist in der obersten Etage. Oh, sie war sorry. Sorry, I didn't catch that. Please go on. Bitte machen Sie weiter. Wie ich gesagt hatte. Äh, traurigerweise hat dieses Hotel sehr viele Geister. Wir würden uns freuen, wenn sie sie loswerden könnten. Äh, wie sieht es denn aus mit Oda Nobunaga? Also ein alter und weiser... Ne, ein nobler und weiser Mann. Es ist da wohnen seit Jahrzehnten oben auf der Etage, oder was? Ja, können wir das hier bitte, Patron? Äh, ich muss raus. Baka! Ich bin kein Idiot. Also. Nur weil du nicht die... Also. Entschuldigung, ich habe was zu tun. Nur weil du deinen Job als Rezeptionistin... ...nicht ausführen darfst. Also. Ne Bill Kidi. Erneut. Dann, dann, dann. Uh, uh. Ich muss böse Geister beschwören. Nix da. Du kommst hier doch mal raus. Nix. Nix. Moment, ich probiere mal. Die... Oh, Mist. Oh, Mist. Oh, Mist. Oh Mist Ich mache alles kaputt Okay, aber bis auf die Geister Dr. Edo Ah, der hat selber einen Geist, verstehe Alright, alright, alright Okay, die schlagen gleich zu Totaler Block Aber das sind doch die selben Level Und da seht ihr gerade Das Hack, was ich gerade geworfen habe Das ist in Dead Cells mit drin Ah, du bist endlich da Du bist nicht wörtlich, Oda Nubunaga Du bist ein bisschen Geist Der mich reingelegt hat Ein bisschen Geist Oh ja Und du bist auf meinen Trick reingefallen Papierst du nicht, was hier passiert Ähm, nein Du wirst niemals Dr. Edo fangen Naja, lass mich in meinen What? Gargoyle Okay Ähm Merkwürdig Darf ich jetzt hier durch? Raus ist mein Fahrstuhl Ach, es scheint, es wäre ein Trick gewesen Das hat er gerade gesagt Er hat keine Information gehabt Wie auch immer Wer könnte Dr. Edo sein? Ich werde es bald rausfinden Da bin ich mir sicher Sieben, zwei, eins, fünf Ah, jetzt kommt noch ein bürzer Zauberer Natürlich Saburo Saburo Ist das vielleicht der Cousin von Saruman? Oh yeah Let's disco DJ Electro Hit Ah, ich darf gar nicht gesehen werden. Ah, stimmt. Ah, ein bisschen dancen. Dancen, Bobanzen. Ich bin gar nicht da. Ich bin gar nicht da. Okay, ja, für den... Durch Musik führt er die Kraft der Geister. Okay. Können wir jetzt bitte voranschreiten? Und geschafft. Stimmt. Ja, was denn jetzt schon wieder? Kann ich meinen Auftrag einmal in Ruhe erledigen? Nicht mal Zeitlupe abgeholfen? Okay. Ich habe jetzt auch die Fugel zurückgeschlagen. All right. Zeitlupe. 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 Doch noch gesehen. Schussanlage. Her, 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 her. Ah, da wollte ich, gerade als ich den Knopf drückte. Ah, ich muss die Axt nach oben schmeißen. Ja. So wird ein Schuh draus. 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 Ah. Aaaaaaah. Aufmachen! Okay. Hey, 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 hey. Ha, 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 ha. Aber nicht doch nach unten. Ja, 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 ja. Oh, ich hab den Schuss kommen sehen. Komm jetzt. Ja. Dieser Demlack, ey. Der blockt mich komplett raus. Okay, er ist die Laser. Dann mach ich den weg. Dann kommt die auch rüber. Ah, goddammit. Und los. Einfach so machen. Ah, ich bin so dumm manchmal. Wenn die Lösung offensichtlich da liegt. Was ist denn los? Was? Circusman Yoshi? Was machst du denn hier? Ja, ich werde, Saruman, äh, Saburo schon stoppen. Kein Ding. Bitte, gern geschehen. Let's go. Ich bin da, dein schlimmster Albtraum. Oh, no. Oh, nein. Du hast mich schließlich gefangen. Das ist nicht mein Fehler. Nicht dein Fehler? Was? Ähm, nein, nein. Ich schwärb's dir. Ich, ich hab das nicht gewollt. Bitte, bitte lass mich, lass mich erklären. Ich bin ein Opfer. Von all dem. Ich bin nur ein, ein bescheidener Musiker. Was? Was redest du da für ein Shit? Hör mir zu. Diese Musik, äh, macht den Zirkusmann verrückt. Es beschwert schreckliche Zirkusgeister von einer anderen Welt. Sag mir alles, was du weißt. Doch der Edo ist ein böser Zauberer. Er will böse Geister beschweren und die Stadt übernehmen. Wieso spreche ich den DJ als einen Zauberer, als einen alten? Er hat mich dazu gezwungen, diese Musik zu spielen. Äh, 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 du das. Ich hätte das niemals selbst gemacht. Erzähl mir von seinem bösen Plan. Doc Illness returned to the Zirkus. Ah, 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 force me to his. I swear, okay. Okay, okay. Tschüss. Oh, tot. Hier ist Johnny. Und hier. Ah, Gott. Jetzt schnitz. Ah. Und nochmal. Ja, Affe. Noch am Ende. Hallo. Gott. Oh. Oh. Hahaha. Better shoot it. Oh. Oh. So lange her, ich weiß gar nicht, ob das reale Figurenbon oder das nur für das TSC gerade da ist. Also diese Namen, Dr. Edo, natürlich kennt man Edo Nobunaga, ja doch. Und Yoshi und Mr. Yoshi im Krankenhaus, nur leichte Verletzung, äh Ich brauche 500 neue böse Geister bis nächste Woche. Das ist wie ein Bestellservice. Oder wir werden niemals in der Lage sein, zu beschwören. That's right, Lady Sakura. Wir sind nah, unser Ziel zu erreichen. Aber wir brauchen mehr Zeit. Verstanden. Ich werde sie später sehen. Hey. Brrrrrrmleuchter. Oh, du schon wieder. Ja, Geisterjäger. Wie hast du mich gefunden? Ist das alles nur ein Zufall? Nein. Was? Unmöglich. What? Direkt ins Gesicht? Nicht nochmal. Let's play it again. Ludovic. Ah, da kam er schon wieder. Ah, da kam er schon wieder. Okay, Konzentration. Ah, ah, ah. Noch geschafft. Puh. Okay, er ist ein schwacher Geist. Und selbst dann sollte es ein Schlag ausreichen, um mich zu erledigen. Anders wollen wir mal noch sehen. So, Fahrstuhl. Und hinein. Da kann ich nicht hin. Covenfloor. Okay. Ähm. Da, ich denke. Okay, entweder ist das der finale Flur. Okay, man geht als erstes immer in den Keller, damit den niemand von unten überraschen kann. Oh, ich erinnere mich. Ähm. Ah, okay. Was muss ich nochmal machen? Auch schlagen wahrscheinlich. Ja, ja. Alright. Indiana Jones. Lalalala. Äh. 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 Hoppa. Hoppa. Oh, ach so. Okay, ich muss also oben drüber. Ist so lange her. Und scha- What? Ich bin gesprungen. Oh. Hopp. Hopp. What? Ah, der hat mich genockt. wasami. Wait. Oh, oh. Ah, damn it. Oh. Wow. Woop! Woop! Ähm... Ja! Ähm... Ein lilanes Bento? Okay. Ein lilanes Bento? Okay. Da bin ich wieder. Okay. Lobby. Da war ich grad. Ja. Ich erinnere mich. Kannst du mich hören, Geisterjäger? Ähm... Jo. Es ist, äh... Ich bin es, Professor Hojo. Wieso hast du dich denn den Roboter verfrachtet? Ich kann über 400 böse Geister spüren in unserer Umgebung. Okay, wenn ich all die kaputt mache, werden die restlichen Geister zu... weggehen. Das war dumm. Und... Ja. Ja. Ah... Du musst halt entweder den perfekten... Cycle erwischen... Und den Schrot kannst du nicht abwärmen. Ich bin ausgewischen. Ich bin ausgewischen. Oh! Ich bin ausgewischen. Okay, zu nah. Verstehe. Alright, zack, geklappt Das nicht Komm schon Oh, der ist ein Ruh-Ruh-Ruh-Ruh-Ruh So, 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 so. So, so, so. So, 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 so. 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 So, so, so. So, so. So, so. So, so. So, so. So, so. So, so, so. So, so. So, so, so. So, so. So, so. So, so, so. So, so, so. So, so, so. So, so. So, so, so. So, so, so. So, 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 so. So, so, so. So, so, so. So, 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 so. So, so, so. So, 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 so. So, 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 so. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Licht aus, Kollegen! Untertitelung des ZDF, 2020 Flammenwerfer! Untertitelung des ZDF, 2020 Okay, das braucht länger Oh, das war so schön! Zuseitig! Ah, da hab ich einen Flammenwerfer benutzt! Bei den Pessern! Ah, da hab ich einen Flammenwerfer! Ah, da hab ich einen Flammenwerfer! Ninja, da hab ich einen Flammenwerfer! Ninja, da hab ich einen Flammenwerfer! No problemo! Ah, da hab ich einen Flammenwerfer! Okay, da hab ich einen Flammenwerfer! Okay, ihr habt mich gefangen! Na dann! Wexler! Danke, Dr. Danke! Wieso spreche ich immer in derselben Stimme? Ich muss mir angewöhnen! Du wirst mich niemals zurück in die Geisterband bringen! Ach ja! Das wird nichts bringen! Es wird nichts passieren! Ich werde das machen! Okay, ich muss da was aufheben! Lammis! Raus hier! Spezielle Geisterseile waren wohl nicht eng genug. Holt! Arbeit! Naja, er kommt trotzdem durch. Naaaaah! Naaaaah! Naaaaah, da wollte ich. Naaaaah! 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 Komm schon. Noch ein Schlag. Tja, Wexler. Sieht nicht gut für dich aus. Kopf ab. Fledermaus? Schwein? Was bist du? Noch ein Oni. So, du hast den Geisterfänger also geschnappt. Ja, ist auf meinen Trick reingefallen. Wexler, kümmert sich nun um ihn. Ah, sehr gut. Das bedeutet, wir können den stärksten Geil. Shit. Nativ und Powerful. Like you should. I don't know that name. Lady Sakura, nicht selbst, nicht mal du als kraftvolle Zauberin solltest den Namen im Mund nehmen. Wollte Wort nehmen. Once we have more spirits, we should haunt every building in the city. die Bücherei, das Postgebäude. Wieso soll ich das mit Geistern überfluten? Jedes Gebäude wird bald heimgesucht sein. Okay, hier haben wir eine Geistermaschine. What? Eine Gesellschaft von Goblins und Hop-Goblins? Ach, das war im Goblins die Maske, als sie runtergegangen ist. Ogam Gargoyles. Ja, ja, ich sag doch, der erste war ein Gargoyle, der von oben runtergeflogen ist. Es ist fast wie hier. Ich beschwöre dich. Okay. Okay, dann mach das. Aber lass mich endlich weiterkämpfen. Ja, Zeitlupe. Oh, hitchen. Da 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 da. Oh, zack. Da, Auto. Und reingeslidet. Und... What? Ich dachte, die Breite am Auto ab... Okay, jetzt aber. Ich bin über seinen Motorrad gestoppert. Ich bin über seinen Motorrad gestoppert. Ich bin über seine Motorrad gestoppert. Ich bin über seinen 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 Motorrad gestoppert hat. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ah, da hat die... Da war ich leider zu. Schotti von hinten nicht gut. Hoppa. Ah, das Shotgun, man musste erst weg. Der hat einfach nicht getroffen. Merk dir doch, die Shotgun kannst du nicht komplett abwehren. Und? Gott, Finn. Ey, dass er mich trifft. Der hat einfach nicht getroffen. Ich hab'n selben Moment gedrückt. Naja, offensichtlich nicht. Ich hab' Zeitlupe und Rollen in dem Moment gedrückt, als ich über der Ebene war. Oh, hab'n dem Schild abgeprallt. Oh, jetzt aber, komm. Wieder! Wieso denn? Wieso, wieso katapultiert mich denn das Aufmachen der Tür nach oben? Ich hab' nicht... Ich hab' nicht... Physikalisch überhaupt nicht. Das ist sinnig. Geist. Untertitelung des ZDF, 2020 All right. Okay, Schrot finden, Johnny. Du viele Schrot finden, Johnnys. Okay. Zu eine große Streuung. Hätte ich den noch abwehren können. Alright. Okay. Okay. Ähm. Rauchgranate. Zuzeitig geschlagen. Hm? Hm? Okay. 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 Ja. Strategie. Okay. So nicht. Schildmann. What? Wo kommt der denn her? Okay. 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 So nicht mehr. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 All right Oh, a boar? That one's not a ult What the holy moly Hmm... Wieso kann ich denn... Kann doch in der... Ich kann in der Luft doch nicht rollen Jetzt habe ich wieder von Dead Cells übernommen Okay, jetzt habe ich Schluss hier Oh, es ist ja... Unversaut! Oh, I just win! Ah, die Reaktion war nicht da! Okay, jetzt lass ich's! Nehme ich ein Thron! Oh, die Reaktion war nicht da! Oh, die Reaktion war nicht da! Was?! Wieso schmeißt du den denn nicht in dem Winkel, den ich anzeige? Oh, die Reaktion war nicht da! 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 Was sind diese Clowns? Ich hab die Kraft Zeit zu stoppen! Aber nur ich nutze sie für meine Zwecke! Wie auch immer! Brauchst du Hilfe? Seid ihr böse Geister? Nein! Wir sind nur Geisterjäger! Die denen helfen wollen, die es benötigen! Wer seid ihr? Wer seid ihr Jungs überhaupt? Wir sind auch Geisterjäger! Aber ungleich! Und Muskel-Goro! Hab ich ja nicht! Wollen einen guten Job haben! Das ist alles, was es im Geisterjagen geht! Und anderen helfen natürlich! Mein Name ist Kai! Ich bin Nasubi! Wieso helft er mir überhaupt? Äh... Nu! Ah, Thrombose im Bein Shit! Werde ich wahrscheinlich auch bald bekommen! Ja, 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 Zeit war langsam! Los, jetzt wollen wir mal luckier! Vielen Dank für die Hilfe! Ja, kein Problem! Wir sind glücklich, dass wir die Zeit anhalten können! Falls sich jemand in echt Näher befindet! Here it goes! Komödie und Drama!